Piu Piu Natürlich Leute, Leute, ihr habt's gesehen, ihr habt's gesehen Mein Video, ich stecke euch Dildos in die Münder Ich glaube, jetzt heißt es so Wurde für die Monetarisierung nicht zugelassen Das Video könnt ihr einfach hier oben anschauen Ich verdiene eh keinen Cent damit Aber es wurde nicht für die Monetarisierung zugelassen Was bedeutet Davor läuft keine Werbung Gönnt euch Und um das wieder gut zu machen, YouTube Es tut mir leid, dass ich dich beleidigt hab So, um das wieder gut zu machen Machen wir heute etwas ganz Besonderes Und zwar hab ich jetzt zwei Bilder Und zwar hab ich hier zwei Bilder vorbereitet Ihr seht einmal den Levi Und einmal die Josie An den Bildern ist nichts Besonderes Hier putzt sich Levi eben die Zähne Und das Josie Bild ist, äh, ja, gefotoshoppt Und da ich anscheinend das Wort mit D-I-L-D-O Nicht mehr in meinen Videos haben darf Stelle ich euch heute den neuen Katalog vor Wo ein Wurst ist Wo Wo ein Wurst ist 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 auch ein Weg Von Wurstking Auf www Hier unten sieht man's Auf www Habt ihr nicht gesehen Das habt ihr nicht gesehen Und wir werden diese heute Photoshoppen Nachdem das andere Bei YouTube nicht so gut ankam Ähm Werden wir das heute mal anders machen So Und Ja Äh Ich hab hier Schon so einen Ersatz Für 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 Levis Zahnbürste gefunden Oh Florian Du bist ein Genie Wow Das Tool arbeitet wirklich sehr präzise Ich muss Kein Kein Stück Kein Stück Muss ich nach Nachhelfen Gar nicht Photoshop Du bist ein Joke Anscheinend bist du noch nicht hellwach So Nachdem wir jetzt Diese leckere Bratwurst Nein Oh Gott Nachdem wir jetzt Diese leckere Bratwurst Ordentlich Fehlerfrei Freigestellt haben Ja Können wir uns auch schon direkt an die Bearbeitung ran machen Und jetzt dürfen wir diesen ganzen Kack erneut machen Das ist wie Pokémon Go Nur mit einem Lasso Und keine Bälle Außer meine Bälle Jetzt reicht's Ah Shit Shit Fuck Shit Shit Fuck Shit 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 Bitch Shit Mother Shit Fuck Mother Fuck Was ist da passiert So Und nachdem ich jetzt Hyper Warum geht das nie So nachdem ich jetzt Genauso sieht ein Menschenhand aus Okay Es wird Zeit näher ran zu suchen Aber Florian Zerstöße Da wird nicht die Matrix Nein Mein Sohn Nein Ich bin Die Matrix Wer sagt's denn Wir dürften eigentlich schon fertig sein Oh Ja hey Jetzt äh Genießt der Levi eine leckere Bratwurst Der Albtraum bleibt bestehen Dieses Bild Dieses Bild Wir werden es niemals schaffen Ich werde es niemals schaffen Warte mal kurz Können wir theoretisch einfach Ach shit Wir haben Ach fuck Ich hab keine Sicherheitskopie An der Wurst Ach shit Fuck Keine Sicherheitskopie Ich mein Wer denkt schon daran Eine Sicherheitskopie An der Wurst zu machen Nach jedem Toilettengang Eine Sicherheitskopie Wisst ihr Ich hab einen verdammt Stressigen Arbeitstag Hinter mir Und dann sitze ich hier Schneide Würstchen in Photoshop aus Und lasse Einfach irgendwelche Leute Würstchen essen Das ist So jetzt mein Leben geworden Das äh Ist mein neues Hobby Ich wollte euch das In diesem Video vorstellen Und ich hoffe Ich kann den ein oder anderen Für dieses Hobby begeistern Alles klar So äh Was hab ich jetzt getan Sie ist in Depression Die Wurst ist in Depression Ich kann das Was hab ich denn getan Hallo Hab ich äh 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 Kann ich Äh Hallo Okay Okay Hier hält sie das Wüstchen fest Also kann ich das alles ausschneiden Von Wüstchen Direkt So Shit Bis bis zu ihren Bis zu ihren Wangenknochen Geht das ja Also das ist ja gar nicht mehr die Wange Das ist ja der Wange Also ja Das geht jetzt so Schräg In den Wangenknochen rein Und zieht sich dann nach oben Und zieht sich dann nach oben Bis in das Ohr Ja Nailed it Na wenn das mal keine Leistermeistung war Leute das war dieses Video Ich hoffe es hat euch gefallen Das ist eine positive Bewertung Da teilt dieses Video mit eurer Bauchmaschine Wie immer Wir sehen uns dann In einem nächsten Video Bis dann Haut rein Ciao Let's eat kennenzulernen